Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu nochmal weiter mit der nächsten Route. Das ist die Route, die sich Felszunnel nennt. Wir machen hier weiter mit dem nächsten Trainer, und zwar ihm hier. Haha, so. Mal gucken, wie lange was zu lachen wird. Kleinschein. So, einmal den Rankenhieb drauf. Bye, bye, Kleinschein. So, dann G-Rock hinterher. Das ist auch direkt down. Und dieser Wanderer ist mal kurz Geschichte. Ich werde kurz speichern, nebenbei, bis vor mir irgendwas abstürzt, was ich nicht möchte. Diese drei Superwelle. Ja, ich brauche einen scheiß Mondschein. Irgendwie kalt, dass ich sie nicht eingesammelt habe. Puh, ich verlange nicht mehr in den Bergen unterwegs, jetzt bin ich echt erschöpft. Ja, aber so ist das manchmal. So, sie kommt mit einem Pikachu. Einen weiblichen vor allen Dingen. Ja, gut, aber damit sollte uns nicht so viel tun, weil wir, was sage ich, nur die Hälfte ab... Oh, das ist die Hälfte nur abziehen soll. Voller Farben, voller, äh... Tut's richtig weh. Also muss es direkt relativ schnell down. Gut, kann aber das erledigt. Level 28 für Golbat. Gegen Tauburger möchte ich nicht eintreten. Das heißt, da wird Pikachu auf jeden Fall wieder mal... Ein bisschen... Ein bisschen was tun. Okay, fängt mit einem Ruckzuck-Hieb an. Na, warum nicht? So, bye bye. Da ist noch ein Trainer. Und der fängt mit einem Krabi an. Hm, ich glaube nicht. So, auch dann noch mal einen drauf. Noch zwei Level, liebe Leute. Ich hätte eigentlich gehofft, dass ich dieser Fluss schon aus irgendeinem Filz-Tunnel habe, aber das war nicht der Fall. So, er kommt dann als zweites mit einem Sanderhammer. Oh, dann ist die Verteilung gesunken. Und dann ist auch noch die Genauigkeit, Kollege. So ist das aber nicht richtig. So, nochmal Egil-Sau. Ach, Scheiße. So, dann ist es doch. So, ich glaube, dann haben wir auch alle Trainer. Ne, nicht ganz. Da ist noch einer. Ei, ei, ei. Klingt ja schon gut an, wieder. Naja, wir haben ja ein bisschen Zeit. Wir haben ja Zeit. Nimm mal dich noch mit. Du hast bestimmt so einen Fleck von. Oder ein Lamus. Das würde mich nicht wohl damit als von den beiden es wäre. Nö. Gibt es das halt alles? Ein Gutexel hat er gehabt. Oder hat er. So, jetzt wäre das gleiche Armisch. Das ist alles ein Karpador. So, war jetzt. Jetzt ist es mittlerweile dann gleich Level 27. Jo. Und zwar jetzt. Kein weiterer Level-Aufstieg von irgendwem. So, dann sind wir in Lavandier. Oh, das war groß so. Das sind den Turmrennen. Und unser Rivalen rennen hinterher. Hm. Was ihr da wohl macht? Wir werden uns bald rausfinden. Nur nicht jetzt. Das werden wir dann, wie gesagt, in allem anderen Part herausfinden. Ich vermute, dass es noch ein bis zwei Parts dauern wird. Wir brauchen nämlich noch ein Gerät, damit wir überhaupt nicht weiterkommen. Aber, ja, ich vermute, dass es wahrscheinlich noch zwei bis drei Parts dauern wird, bis wir da irgendwie mal was machen können. Also, wie gesagt. Einfach abwarten und trinken. So. Dann haben wir eigentlich fast sogar vollen Wickel, dass ich mich drauf trinke, immer noch einen Mondschein. Ich glaube, einen Mondschein kriegen wir tatsächlich sogar da oben drin. So, ich könnte jetzt hier unten weitermachen. Machen wir aber später. Dann gehen wir nämlich jetzt über die Route 8. Dann kümmern wir uns um diese junge Dame. Wir machen jetzt in den nächsten Turn hier über die... Ähm... Richtung, äh, Prismania City. Das werden wir jetzt heute machen. Und dann im nächsten Part wahrscheinlich schon die gute Erika herausfordern. Das ist nämlich die nächste Arena-Leiterin. Oh, mit drin kann nämlich alles passieren. Bei meinem Glück ist es sowas mit Feuer. Ist das Fri? Was hat das jetzt über Roller, oder was? Ich glaube, es war Über Roller. Metronom kann, wie gesagt, alle Attacken überhaupt bedeuten. Egal welche. Zahnwirbel. Ich bin doch am Arsch, oder? Ich bin mal drauf. So. Jetzt kein Feuersturm, bitte. Guten Schlag. Noch geht es über Roller. Sandwirbel. Rotenschlag. Waren die drei Attacken, die sie jetzt ausgelöst hat. So, noch einen. Komm. Jetzt gibt mir bitte was von... Jetzt ist irgendwas. Platscher oder so. Säurepanzer. Ich glaube, das könnte sogar passieren. Das ist das Überlebte. Kann aber sein, dass es rankenhebt. Sogar eine spezielle Attacke, dann ist es egal. Aber das ist down. Hauptsache das. Puh. Puh. Das piepst die Pipi im Pumpeluft, das ist immer so ein bisschen. So, was haben wir hier? Ich hatte schon die merkwürdigsten Orte verschlagen. Ich glaube, ich stehe sogar. Gut. Der kommt mit einem Golking, einem Rollenspieler. Also sie beginnt. So, stehe ich weiter drauf. Uh, das ist nur mit 35. Sehe ich gerade. Wir müssen dringend aufpassen jetzt. Hornbohrer ist nämlich eine K.O.-Attacke. Das Viech muss so schnell wie möglich dauern. Noch einmal muss er daneben treffen, dann habe ich es. Nein. Das war mir fast klar. Ja, K.O.-Attacke. Keine Chance. Ich glaube, diese K.O.-Attacken treffe ich nämlich häufiger als diese... Ach, Mann. Was ist das für ein Viech hier? Ich hätte noch einmal daneben treffen müssen. Ich hätte nichts gehabt. So, dann ist es jetzt down. Pikachu, Level 33. Ja, das war... Puh. Ehrgleicher Typ. Oh, habe ich mir Leber? Ja. Was ist das denn? Das ist ein Parasarplay eigentlich. Was ist das? Stattes Problem. Okay. Was ist Carlos? Pokémon. X. Oder Y. Oder? Ich meine, keiner müsste X und X gewesen sein. Was haben wir hier? Ah, Pumlof. Okay, brauchen wir nicht. Was ist mit dir? Ich weiß nicht, wie Pokémon auszukennen. Aber ich stehe jetzt mit Taturwissenschaften. Nicht so wirklich. Ich bin ehrlich. Pokémon sind mir da lieber. Okay. 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 Gut, Smogon möchte nicht. Dann gehen wir mit Pikachu drauf. So, dann müssen wir eigentlich danach Level 31 erreichen. Hoffentlich bald mal rasierbar werden. Geh drauf, Donner. Nein! Ja, genau, war mir klar. So, dann machen wir es jetzt so. Smogon hat keine Chance gegen uns. Ja, endlich! Erstmal mit Giftpuder. Zweite Alternative zu Rasierblatt. Äh, zu Udins. Ähm, zu Rankenhieb. So. So. So, genau, das weg. Einheitung. Einiges Tempo brauchen wir nicht. Ich warte dir was. Um einen Kampf zu gewinnen, ist ja eine gute Strategie. Schon klar. Und wir sehen hier die zweite Entwicklung. Eine weitere Entwicklung von Evoli, nämlich Blitzer. Dann haben wir Schlafbruder. Und wir brauchen noch ein Level. Schlaf ein. Kleines Blitzer. Und dann. Einmal noch Rasierblatt drauf. Oder was? Schon mal gut was ab. Jetzt mal ein Volltreffer, dann müsste das Viech-Ring-Down sein. Das reicht auch ohne Volltreffer. Erledigt. So, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Schon mal. Mal, da ist immer noch ein Item. Ich hoffe, das Klima ist hier oben. Die zwei, die ignorieren wir jetzt gerade mal ganz kurz. Ja, Vokano hat auch was entdeckt. Ein Riesenpilz. Also, ich habe einen Riesenpilz entdeckt. Vokano weiß ich nicht, was er so entdeckt hat. Was hast du denn entdeckt? Komm her. Okay, nichts weiter. Hier ist noch ein Trainer. Ja, ich wollte ihn mal sehen. Ist der Kampf, wir zeigen, ob er das Glück holt, ist oder eben nicht. Ja. Ja. Ein Rion. Ein Rion. Na, verleck mich doch am Arsch. Könnt ihr eigentlich nichts anderes, als dann diese Scheiße da jedes Mal abzuziehen? Langsam mag ich diese komischen Glücksspieler nicht. So, down. Mein Gott. So, dann müssen wir in den Beutel gehen. Ich muss wieder mein Pokémon heilen. Weil die jedes Mal mit der gleichen Kinderscheiße kommen. Ich muss ein Hornbohr einsetzen, kann ich uns nicht besiegen. So, war das mit euch. Zwei Hüppchen. Oh, sie sind so süß. Mauts, Mauts, Mauts. Jetzt musst du mich raten, du hast drei Mauts. Das wird mich jetzt tatsächlich nicht mal wundern. Tja, wo werden wir jetzt als erstes einsetzen müssen? Tschüss, Mauts. Welche Überraschung, dass sie noch Mauts hat. Wahrscheinlich hat er noch eins. Und dieses Mautsi ist aber down direkt. Und natürlich hat sie noch ein drittes Mautsi. Bye-bye, Mautsi. Du hast... Ja, schön. Und du bist denn... Wir zeigen uns gerade gegenseitig unsere Pokémon. Willst du auch mitmachen? Klar. Da käme, was du hast. Du hast auch Pikachu. Du hast auch Pikachu. Du hast auch Pikachu. Und jetzt... Gut, dann haben wir das erledigt. Und der Typ ist hier, der steht jetzt auch noch ein bisschen im Weg. Der hat macht Spaß, Pokémon zu trainieren, aber auch. Wobei ich ja Letzteres vorziehen würde, wenn ich ja nicht bin. Der gute Otto, ein Tüftler. Der möchte jetzt gerade so ein bisschen gegen uns kämpfen. Und er fängt mit einem Magnetilo an. Und er hat auch nochmal einen Magnetilo. Komm mal zurück, mein Freund. Oh, Magnetilo setzt Donnerblitz ein. Irgendwelches hat sich nicht gerechnet, aber ich werde mit dem Flammenwurf diesen Pokémon mal ganz kurz eben die Lichter ausknipsen. Das ist auch direkt erledigt. Tschüss, Magnetilo, mein Freund. Gut, dann haben wir das erledigt. So, haben wir hier unten noch irgendwas, was ich übersehen habe? Nö, haben wir nicht. Okay. Hier links geht es nicht weiter. Noch nicht. Aber bald. So, dann machen wir uns hier runter. in Richtung Fuchsanias. Ja, Quatsch, Richtung Prismanias City. Das ist richtig. Oh, Moment. Atem. Ich brauche einen Brot scheinbar noch. Also, nerven mich diese Dinge. Aber wir brauchen sie. Oder einen zumindest. X-Affair, X-Affair. Leck mich doch ab. Nix weiter. Außer zwei X-Affair. Ah! So. Du bist auch noch ein Trainer. Okay. Hey du, lass mal hören, wie viele Arena-Ordenten du schon gesammelt hast. Noch drei. Aber im nächsten Part wahrscheinlich den vierten. Wir gehen dann nach Nährigen. Olivia fordert uns heraus. Mit einem... Oh, das tut schon weh. Raichu. Dann drauf. Lichtschild. Okay. Schlaf, Bruder. Ich läpfe ein, mein Freund. Oh, Raichu. Das tut das ja im Weh tun. Gute Nacht. Raichu. Kurz Egel soll noch hinterher ballern. Und das sollte reichen. Jawohl. Und sie kommt mit einem Diktree. Damit kriegen wir den nächsten Eintrag in unserem Pukenex. So. Damit müsste das reichen. Das müsste eigentlich... Oh, nein. Komm. Volltreffer erledigt es. Oh, nein. Ja, das war ja klar. Ja, das war's. Scheiße, Mann. Oh, es steckt weg. Es steckt die Attacke weg. Das passiert manchmal auch. Dass die Pokémon die Attacken auch schlucken. Gott sei Dank. Damit reicht es für den nächsten Level. Und Jurob. Ja, gut. Pokémon, jetzt muss ich wechseln. Jetzt muss ich leider wechseln. Ich hätte es fast gedacht. Wieso, wenn sowas kommt. Ich habe ein Elixier. Oh, guck mal, noch ein Vulcano. Eine goldene Nanabäre. Wenn du mir in der Dien... Dings gegeben hättest. Ja, ich muss jetzt gerade... Jetzt muss ich natürlich weg. Jetzt muss ich mein Team noch mal gut umbauen. Ja, bewegen. Weil ich muss... Ich kann nur wenig reinsetzen. Ich habe keine Tränke mehr. Eine kleine Straße zwischen zwei Städten. Hach, Brute Sieben hat ihren ganz eigenen Charme. Oh, hallo, bist du bereit? Ja, klar. Na dann, wir erst mit etwas Musik. Dieses Stück nenne ich nicht Pokémon Kampf. So. Er kommt einem Forenter. Damit war es auch richtig, dass ich Pikachu da vorne gezogen habe. So. Keiner muss dabei bleiben. Ich meine, wir werden es eh überleben. Aber zumindest mal so weit wie möglich abziehen. Oh nein. Dann weiß ich, welche Attacke wir kriegen. Der Attacke ist, glaube ich, umso stärker, wenn man noch Statusveränderungen hat. So, das müsste es reichen. Tschüss, Knudelov. So, der will 32. Für Knudelovie. Das müsste Exkord die Entwicklung bedeuten. Ja. Und damit herzlich willkommen im Team dieser Flora. Ja. So, kriege ich bisher für eine neue Attacke. Blätter tanzen, sehr schön. Dann kann ich Rankengeb rausnehmen. Danke für diesen tollen Kampf. Dafür bekommst du hier das von mir. Das war mir schon klar. Das, was ich tatsächlich eben auch angemerkt hatte. Ja, und damit herzlich willkommen in der nächsten Stadt mit der nächsten Arena. Und zwar Prismania City. So, dann kümmern wir uns hier drum. So, oh, ein Quappel, cool. Oh, guck mal, Rocco. Oh, hallo. Was für ein Zufall. Was ich hier mache, fragst du? Ähm, ich bin gerade auf dem Rücklauf von der Arena von Prismania City. Ja, genau. Als Arenaleiter lege ich nämlich großen Wert drauf, mich meinen Kolleginnen, Kollegen, auszutauschen, meinst du? So bin ich eben. Ein Profi durch und durch. Leider sehen das meine Kollegen eigentlich alle so. So bin ich zumindest eiskalt abgeblitzt. Diese Mamoria-Kriecke waren als mitbringst du gedacht. Hier, du kannst sie haben. Cool, danke. Wenn ich Mamoria-Kriecke kriege ich immer einen ganz trockenen Halbz. Trink dabei ist ein schönes Tastchen-Tee dazu. Und eine Tasse Tee dahinter. Oh, folgst, ich wollte auch eine Tasse für den Wachmann aufnehmen. Jetzt sah so durstig aus. Naja, das lässt sich nicht erinnern. Jedenfalls stellst du auf deine Reise schon ein paar Arena abgeklappet zu haben. Zum Beispiel. Nehmen wir weiter so. Genau. Er hat uns jetzt die Tasse Tee gegeben, die wir dann irgendwann dem Wachmann geben können, um nach Prismania City einzureisen. Ich möchte immer noch was anderes machen. Ich glaube, ich habe noch was vergessen. Warte mal, welches Essen das ist? Bist du das? Bist du nicht am Gamer-Fahrer, die schon wieder verloren. Der Eisguss hat kann man nur knacken, wenn man sich richtig ins Zeug legt. Ja, ich suche aber einen ganz bestimmten Mann. Bist du das? Ne, bist du nicht. Warte mal. Ich glaube, ich weiß, woran ich ihn erkenne. Ich muss mal gucken, wo der ist. Ja, du bist super. Wo ist denn der? Ja, mei, wie war denn? Team Rocket? Team Rocket ist wo eigentlich, ah, wo ist der denn hin? wie ist das denn? Da kommt der Später erst. Vermutlich ja. Shit. Wo bist du denn? Naja, egal. Sei es drum. Mach mal ein andermal. Würde ich sagen. Der Pad ist auch schon, schon, ach, lang. Ich dachte mir, ich hätte den, egal, wie gäbe es hier irgendwo. Wahrscheinlich brauchen wir den noch. Das brauchen wir noch ein bisschen. Du kriegst nämlich hier die versteckte Maschine, also die ehemalige Frau, im Fliegen. So, was haben wir hier? IG Kundeninformationen. Trainerabteilung, Videospiele, Geschickertikel. Also es war das, doch hast du, okay, wir brauchen eigentlich, glaube ich, total. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir hier die Steine bekommen. Die Wickelsteine, wisst ihr? Ich brauche nämlich den Feuerstand für Vulcano. So. Ich könnte vielleicht so eine dritte Gestrahlspukball. Ja, bitte. Die brauchen wir auf jeden Fall. So, Kaskade könnte ich mir hätte ich immer noch kochen können. Der ist ja den überrückend und drängt ohne Ende. Jetzt könnte ich mir noch Kaskade holen. Ja, das ist nämlich eine Wasserattacke, die für unser Garados gar nicht mal so schlecht dann hätte ich eine weitere Wasserattacke, außer Entschuldigung. Gut, die in dem rechte Hand. Cool, der hat hier Nintendo Switch hier auch überall stehen, ne? Oder liegen. Auf der wir ja auch diesen Teil hier daddeln. Ach, wir machen mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu und dann gucken wir uns mal weiter in diesem Einkaufszentrum hier rum und dann geht es auch in die Arena. Bis dahin und auf ihr seht bei Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Tschüss.